Alter, was geht los? Die Maps sind auch voll weihnachtlich, ist voll schön, guck mal. Mit Geschenken, Craft. Es gibt nur noch zwei. Und Zinnsoldaten. Ey, wir mussten heute, hast du ja das Bild gesehen, Weihnachtsschichten editieren und meine war einfach der standhafte Zinnsoldat. Und als ich Dead Space Zinnsoldat gegoogelt habe, kamen lediglich unsere Thumbnails. Es gab kein Bild von so einem scheiß Zinnsoldaten, Alter. Geil. Ich fand Johann Laffer aber schon... Ja, darum musste es das werden, weil ich die Dead Space Zinnsoldat nicht gefunden habe. Dann war ich so mad, dass davon kein einziges scheiß Bild gibt. Internet war zu langsam, um Videos für Screenshots zu laden und dann musste ich Johann Laffer und Horst Lichtern nehmen. Sind auch Zinnsoldaten. Sind Ehrenmänner. So. Ich bin Saria, die fette Fotze. Ich bin voll der Reaper, Mann. Fick die jetzt. Du bist voll der Reaper, Alter, du bist Arsch, Junge. Aus Torbjörn Perspektive, Junge, da bist du ja nur am Keulen. Lauf! 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 Scheiße, Mann. Lass doch zu hart. Ich brauche trinken Zwerg-Sniper, Junge. Ey, sei her da. Das ist aber gemein jetzt. Der war gut. Das ist echt asozial, Alter. Ich hab den Saria-Skin. Weißt du, was die anders ist? Ich hab Schöerkopf und Pulli an. Komm ich nicht drauf, Kai. Du hast echt Schnee auf dem Kopf, Alter. Ja. Nice. Vielleicht ist das gar kein Schnee, sondern was anderes Weißes. Schon kaputt. Das wügt sich wieder, Alter. Ne. Unser Team ist gar nicht so... ...gut. Eigentlich. Ja. Wo ist Mercy denn? Mercy steht da hinten mit ihrer Waffe. Und ist bereit, mein Tower zu deathen, Alter. Was macht sie denn? Oh, jetzt hat sie ihren Besen, Alter. Jetzt geht's rund, Mann. Oben steht was? Was ist das? Ich mach sie. Gleichen als Torbjörn-Spray. Geil, das Weihnachtsmann-Spray. Das ist ja cool. Der Skin von Torbjörn ist geil, der neue. Ja, der ist geil. Findest du alte, dicke Männer geil? Möchtest du dich auf meinen Schoß setzen, Walus? Oh, da hab ich ihn, Alter. Ja, dankeschön. Bei mir heißt John Gott. John Gotti. John Gotti. John Gotti. John Gotti. John Gotti. Wie John Gotti. Oh. Medusa. Wuh. Ich hab 4 life. Ich hab ein bisschen Problem. Aber ist okay. Ne, Ruh. Ich hab ein Problem, ich spüre, du, Maker. Ne, das wissen wir ja gar nicht. Hanso, Alter. Was ist denn mit euch, Alter? Habt ihr übelst heimlich trainiert? Ja, Mann. Aber sowas von. Ah, fuck, die haben Bastion. Tracer mit Snipern, Junge. Was kommt als nächstes? Die haben Bastion verdammt. Es ist noch nicht mal einer. Oh, da oben ist was auf dem Dach. Das ist gar nicht so schwer. Loll! Was ist hier los? Was geht denn hier? Ist das irgendwie gegen KI einfach? BTF? Oh, shit. Bastion. Wenn der sich richtig positioniert. Der kommt links aufs Dach hier hoch wieder. Ich hab ihn getroffen. So wie Mercy ist. Welche? Unsere Mercy? Ja, bei euch da oben müsste der rauskommen eigentlich. Ist der tot? Der ist da links hochgegangen. Ja, er steht hier. Oh, shit. Oh, oh. Wo steht er? Oh, nein. Jetzt wird's böse in Reinhardt. Wohin ist der denn nicht hier hoch? Oh, shit. Da stand der. Okay. Tower ist weg. Tower hat ölt. Fick dich, Reinhardt. Oh, der ist hier links. Nein, was ist denn das? Oh, Mann. Hinter mir, McRee. Fuck. Habt ihr heimlich geübt, oder was ist los mit euch? Ich hab heimlich geübt, in die Blendgranate zu laufen auf jeden Fall. Zeit. Oh, McRee ist so ein Huren-Chimp. Alter, ist ja die Sombra. Da sind die drei Minutes, oder was? Ey, die sind ja alle hier. Oh, toll. Ich bin tot. Scheiße. Ey, da hatten sie jetzt ein bisschen Lucky Picks gekriegt auf jeden Fall. Scheiße. Ja, Mann. Er ist Held und spielt Bastion. Ja, gut, was? Oh, ich bin Tracy. Du? Na, du Fotze. Überraschung. Let it snow, let it snow, let it snow. Warte, hätte ich aim, wäre ich richtig mit Sombra, ey. Oh, hier stehen sogar Geschenke, Mann. Wie geil. Das würde er verrecken, Mann. Nein! Oh, das war vielleicht gar nicht so clever. Irgendwie muss der Bastion hier weg. Das bin ich Bastion. Super. Fuck, warum fange ich an, den anzugreifen, Mercy sich offenbart. Oh. 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 Hit. Komm, 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 komm. Hui. Haben wir was Heilendes? Nein. Mercy hat sich offenbart. Ist da ein scheiß Bastion drauf? Ja. Mit ner Mercy. Oh, Mann. Wie kann man denn jetzt so ein Lootluck haben? So ein Lootluck. So ein Pickluck-Scheiß, ihr Mann. Ja, genau. Oh, das gibt's nicht, Alter. Wir haben sogar noch zwei Mercys. Wir haben sogar noch zwei Mercys. Wir haben sogar noch zwei Mercys. Ich verarschen. Was ist das für ein Life? Ja, Zenyatta. Den kann ich jetzt hier brauchen, Alter. Sombra. Geil. Na, ey, was soll denn das? Wenn die nicht mal weiter den Scheißpicks kriegen. Vor allem haben die zwei Mercys halt einfach. Ja. Ich hab auch, äh, Sombra. Was kann die brauchen? Der eine macht Power, der andere macht Heilung. Kring nur Schalter. Power, Junge. Power! Er hat jetzt einfach alle mit sechs Sphären weg One-hitten. Und ich bin Lucio. Shit. Oh, shit. Oh, shit, Tracer. Ey, wie schnell sind sie denn jetzt hier durchgekommen, Mann? Ja, weil... Was ist denn mit denen? Wenn wir nur Cockpit kriegen. Ja, ich bin schon wieder... Der Besten macht alle Platte. Macht ja hier One-Hits, ey. Ja, geht doch. Ich hab das süßeste Maze-Spray einfach. Ich mach'n Schnee-Panda, Mann. Ja. Komm, ey. Nein. Ja, nicht verreckt, Mann. Genau. Ja, das ist zwei Mercys am Arsch, Alter. Ich bin wieder Bastion, was ist das? Langer. Bastion mit zwei Mercys GG. Ja, Alter. Scheiße, Mann. Der Anfang war so schön. Ja. Das war ja krank, Alter. Das war echt krank, Mann. Boah, der Eskin ist ja geil. War mich, was das Highlight des Spiels ist. Oh. 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 Das war unerwartet. Das war unerwartet. Ja. Hier die Grand-Terstörer. 20 Spieler. Oh. Dein dreckiger Wichser, Alter. Oh. Oh. Bei Mercys. Mach dich bloß raus hier. Ja. Aber den Modus an sich finde ich schön, aber die Gegner nicht. Ja, viel Zeit nicht. Was ich kack finde, ist, dass es nur zwei Maps gibt zu Weihnachten jetzt. Glaub, es gibt alle, aber nicht in allen Modes. Glaub, es gibt alle, aber nicht in allen Modes. Äh, äh. Äh, äh. Gibt nur diese zwei. Bei einem macht das nochmal das Geräusch? Äh, äh. Ne, es war anders eben. Äh, äh. War so, äh, äh. Das war nämlich eins zu eins das Geräusch von Pokémon Stadium 2, wenn man das C-Spiel gemacht hat und sich verdrückt hat. Ja. Äh, äh. Ist einfach so. Hab ich wahrscheinlich gerade einen Lecker erwischt. Alter, ein Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Er tut gefickt, Alter. Oh, Tannenbaum. Also was kann Sombra jetzt nochmal? Ah, nice. Was kann Sombra jetzt nochmal? Ah, nice. Ein Schiff macht sich unsichtbar. Ehe wirfst so ein Teleporter-Ding, wo du hinporten kannst, was auch unzerstörbar ist. Und mit Rechtslicht gedrückt Hexe Gegner kann keine Fähigkeiten mehr benutzen. Crap. Crap. Ich schick dir jetzt ein Bild. Das darfst du definitiv Dennis nicht schicken, weil das ist aus einer, äh, ich werde 30 Geburtstagspark hier. Okay. Ich bräuchte jetzt. Wie gut, dass ich das aufnehme. Zack. Zack. Kommst du klar? Hehehehehehe. Zack. Hehehehehehe. 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 Ja, ist gut. Das ist gut. Das ist zeichnerisch sehr, sehr gut. Hehehehe. Also, ein angehender Grafikdesigner, das ist einfach gut. Hehehehe. Ja, ich kann's jetzt nicht sagen, du nimmst es auf, Digga. Es ist ein echt prächtiger Schwanz. Hehehehehehe. Nicht schlecht. Okay, es geht los. Pssch. Pisst euch von dem Dach da drüben. Wieso kann der auch fliegen? Nach Junkrit. Alter. Die Anlagen. Sind sie down? Nee. Die neue Symmetra ist so heftig. Oh shit, tschüss. Da oben ist Junkrit. Kacke mit Fahrer, es geht nicht. Was haben die schon wieder für ein geiles Death Team? Hatten wir eben auch. Wir brauchen nur einen Reinhard. Hier Block. Was krieg ich? Sombra. Close enough. Pssch. Pssch. Oh shit. Ja. Hehehehe. Hehehehe. Das muss aber unfassbar cool ausgesehen haben. Ja. Da ist's. Ist der Junkrit down? Vor allem wollt ihr mich verarschen, dass ich wieder Pharah kriege? So kriege ich nichts, was ich kann. Also nichts. Haben die auch noch zwei Maze? Ja. Was ist denn das für ein Teak, Mann? Ja, nur Aids. Das erklärt auch die ständigen Symmetra-Turrets hier, Alter. Nein, nein, nein. Sieben Leben. Sieben Leben. Endlich bin ich tot, Junge. Ehh. Ehh. Ein Kill und Goal, was ist es für euch? Also ich hab die Geschütze da hinten aufgeräumt gehabt. Ja, es ist egal, wo ich hier hingehe. Hier hängen überall Turrets. Hier steht Torbjorn Tower. Weiß ich nicht. Es sind 20 Stück, obwohl es nur einer ist. Es ist so räudig. Jetzt geht's los, Alter. Oh, du kriegst halt nicht so. Ja, Mann. Passt auf jetzt. Easy Freakill. Der Mauer wurde schon lange nicht mehr so gut besorgt. Jetzt hab ich ernsthaft Bastion-Time auf meinem Account. Danke, Blizzard. Danke. Und sie rät sein Ernst. Das können wir so hart knicken, Mann. Ich hab grad keine Möglichkeit, da durchzukommen. Ich hätte ein bisschen Heilung gebrauchen können, aber ist okay. Das ist okay. Ich bin auch ernsthaft. Bastion-Time einfach so gering wie möglich halten. Anzu. Ja, Lucio. Wow, geil. Es ist egal, wie sie liegen. Die sind einfach unbesiegbar, Mann. Wala, jetzt kann ich das nicht. Ich hab grad mal mit Widowmaker den Torbjörn-Turret weg. Hat sogar geklappt. Alter, was geil. Rush B, Mann. Rush B, Rush B. Rush B. Zieger. Warum rush dir nicht B? Der Torbjörn repariert natürlich gegen... Hier sind Symmetra-Geschütze an den Häuserwänden. Vorsicht. Ana, Ana. Beat'em Boys. Die sind überall Symmetra-Geschütze. Haben wir zwei Handzugs? Ja. Oh, Mann. Die reagieren hier alle sofort. Ich kann die nicht mal wie ein Snipen, Mann. Instant Mercy-Scheiße am Arsch. Oh, Mann. Ist doch nicht cool. Da haben wir noch einen Reinhard. Ja, komm, ey. Wie kommen die so schnell da wieder hin? Ja. Wir haben jetzt auch noch einen Bastion wieder. Reinhard schläft. Und eine Widow. Komm schon Mercy, du dumme Schlampe. Nein. Nein. Dr. Zieger. Ja, sehr gut. Brauch ich dir ein bisschen Hilfe? Ich werde besser mit Hanson. Ich werde besser mit Hanson. Ey, die Mercy kommt nicht raus. Sie fliegen. Ich gehe jetzt rein. Hi, Craft. Hallo. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Sie haben einen Teleporter. Warum werden wir denn so unfassbar hart gefickt, Mann? Weil das heutige Hurenkinder sind. Da kommt sie auch nicht vor. Ach, komm. Ja, zum Glück, Mann. Erstmal eine GIF-Mine da drüben im Ballon. Ja, ich hab die Widow. Das hast du. Crazy Zone. Ja. Oh, senkt. Oh crap. Ah, ein Affe. Die haben auch einfach einen scheiß Teleporter, ey. Ich glaube, die Kills haben, Alter. Kann doch nicht sein, dass wir so hart aufs Maul kommen. Was ist denn jetzt hin? Runter. Ich mein jetzt nicht bitte jemanden um den Teleporter noch. Halt für Mercy. Ich heine euch, Alter. Oh shit. Wahrscheinlich zu spät, aber... Die Wolke geht zwar noch. Was war das denn grad für ein Lag? Oh fuck. Komm schon. LOL. Sind sie pisst, Mann. Die Hartz, die unser Leben hassen, ist nicht in Worte zu fassen. Ah, mein Name. Ach komm, ey. Komm, Anna. Fick dich. Hör dir die schönen Glocken an. Oben, über uns ist einer. Wo ist einer? Äh, über uns war einer. Total in der Fickung, Alter. Zeig dich, Bitch. Ah fuck. Wieso hampelt die so rum, Alter? War nur, war nur bait. Ja. Ah, kacke. Oh, gucken wir mal. Wo sind die Verbrecher, Junge? Ja, genau in dem Moment fährt hier der komische Schlitten vor. Dann ist Genji, Junge. Au. Oh shit, die hat bestimmt Ult? Ne. Ne. Muss einfach nur mal gucken gekommen. Nicht schlecht. Ich hab nur Ult. Mit der Affe. Ah, fick dich Winston, Mann. Du hast nichts. Und da sind die Verbrecherung. Wie viel Annas haben sie? 100. Ja, das Ding ist, es kommt leider hin. Mich fick grad mit welchem Team wir hier vorankommen. Ja, Mann. Die haben zwei Widows. Ey, die haben drei Annas. Oh shit. Vor Rohtock hab ich ein bisschen dolle Angst. Allein weg. Was stimmt? Nein, 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 nein. Nein, ich bin tot. Jetzt bin ich tot. Alter, ich hab... Jetzt bin ich tot. Ah, ich hab... Ah, ich hab... Oh, oh, okay. Oh shit. Oh, ein Junkrat. Shit. Ja, komm, ey. Ah. Ach, komm. Ne, das hab ich nicht geschafft. Meine Ulti ist weg, Alter. Oh, Mann. Oh, Mann. Warum hat ihr die jetzt Ulti? Nein, ihr zockt euch doch nicht. Nein, ihr habt... Oh, ich bin so scheiße, Mann. Oh, yeah. Best... Ich bin Best-Shin. Haben wir ne Mercy oder sowas? Führe das Widowleben weiter. Oh, ich hab' den Winter gefällt. Da hinten steht ein Geschütz. Bin dran. Bananaman. 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 Nice. Es ist dämlich, mich ranzuziehen. Vollidiot. Er ist wieder ein Geschütz. Was? Was? Waren die scheiß Mercy da hinter der Ecke? Die kriegst du auch gerade nicht. Jetzt. Was? Win. This. Shit. Alter. Oh, nice, Mann. Ich auf jeden Fall nicht, Alter. Holy Shit. Ich hab Eichern für uns selber. Alter. Das war reudig, Mann. Ja, natürlich. Verdorne. Klar. Nicht der Kerl, der das Game gemacht hat. Nämlich ich. Nein, der liegt mit Dorne. Ja, das war aber schön, du. Ja. Wir haben in dem Moment gewonnen, wo ich meinen Junkrat spiele. Mit Dorne, Junge. Hook Accuracy, Mann. So läuft das. So, eine würde ich noch machen. Okay. Alter. Deine Mutter leckt so scheiße bei dir. Lol. Liquid Money. Mann. Kiyoiku. Er ist KLR. Wer? Wer? KLR ist auch in unserer Gruppe. Ach so, es gibt jetzt am Ende von Matches immer so ein Feature, da kannst du zustimmen, ob du als Team bleiben willst. Und wenn du das machst, dann formt sich quasi eine Gruppe, dass alle mehr EP kriegen und so. Ah, okay. Das ist das, was du die ganze Zeit gedrückt hast, Muriel. Ja, das ist das, was Muriel mal automatisch einfach gedrückt hat, weil es grün war. Ja. Ja, grün ist gut. Grün ist immer gut, ja. Grün ist Gruppe, Gruppe ist mehr EP, mehr EP. Leckt bei mir so, als wäre ich erst jetzt... Oh, zwei Maze, voll cute, beide Pink. Ja, bei mir leckt es auch irgendwie richtig. Mann, oh. Gewanderig, Junge. Ach, da pass ich nicht durch. Fuck. Nein. Charged. Warum hast du den Skin? Hast du den gekauft? Ja. Hahaha. Ballos hat den Baldrige Skin. Baldrian, bitte. Ist ja schon cool. Baldrian, richtig. Aha. Ich finde mein Spray nice. War das echt nicht schlecht. Time to... Äh. Alter, guck mal hier, der Schneemann-Verwaltier. Wie ihr übelts Creepy hier hinter der Ecke vorlunzt. Ja. Hier. Da. Ja, ich seh dich immer noch nicht. Ja. Hinter dir. Egal, jetzt. Da, gucke. Trittlicher Gewaltiger, Alter. Tot einen Kinderficker an. Ja. Wow. Da steht nur Widow Make-up. Ja, ich komm aber nicht ran an die Nutte. Sie ist auch ein bisschen mad, dass sie auch nicht an uns rankommt. Heee. Oh nein! Oh, wo ist das? Wo bist du? Ich hab ihn eingefroren. Eisblock, 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 Eisblock. Oh, okay. Alles kommt zurück, da kann ich mich nicht heilen. Alter, die Widow ist ziemlich scheiße, Mann. Kann dazu leider nicht sagen, wegen meines letzten Games. Konnte ich da übrigens immer noch nicht heilen, Wallis. Ja, der Rotog ist irgendwie weggebugt. Hört auf ihn doch irgendwelche Ecken zu rennen, ey. Was ich chargen wollte. Ja, krieg ich Sonne in den Hals. Krieg ich Sonne in den Hals. Muss ich aggressiv mit Dialekt sprechen. Widow gefickt. Ey, ich hab mit einer Mainer Widow aufsnipert. Ich will ein bisschen Respekt dafür haben, ja? Disrespektet ihn. Ich meinst du Spiegel features, so. Oh, wer ist denn da oben? Ein Genji? Ja, ich meine, Genji. Das Genji. Oben im Häuschen. Kommt, kommt, kommt. Komm hier oben in die Ecke. Los, komm in die Ecke. Hier ist irgendwas, das mich tut. Oh, schon eine Ult. Warum ist der auch jetzt nicht auf ihn, Mann? Lell, Outplayed Symmetra. Wir haben übrigens eine Symmetra. Was? Kleiner Spoiler. Lass mal um die Ecke, komm. 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 Lass mal um die Ecke. Wo ist die dumme Fotze? Lass mal um die Ecke. Ne, ich flieg hier lieber dumm rum im Schneidersitz. Nicht die Ecke. Das ist aber ne andere Ecke. Lass mich meine Ecke bitte selber aussuchen. Nein. Gessen, dass da oben der schon wieder low ist und sich hier hinter der Wand versteckt. Ja, ja. Wo ist sie? Ah! Na, dann rette ich euch mal. Da ist noch eine hinter uns. Wo? Bestand nämlich die Chance, dass nicht Symmetra ist, sondern Whitebeard und Shockwane kann man bekanntlich nicht einfrieren. Wegen muss ich euch schnell retten. Alter, dein Vorhoff. Alter, Genji ist aus. Ich stehe hier einfach nur in der Ecke rum mit so'n Bastard. Oh. Rotor, Gegner. Oh, du hast den Kyoten einfach mal. Und da stellte Valus fest, dass es für ihn keine Gegners gibt. Ich habe eben Rotor in der Ult getötet. Da ist ne irgendwas. Achtung, da ist irgendwas. Nein, nein, ich habe gesniped. Aua. Bitte. Mama. Ulti. Haha, fick ihn. Sehr gut. Valus hat ihn einfach zerstört, Mann. Valus ist so'n Satanist. Oder so'n Sadist. Er lässt ihn einfach weiterhin leben, damit er die Grausamkeit der Welt zu spüren kriegt. Das ist Valus' Art zu töten, Mann. Mensch, Valus, Alter. Warum bist du denn weggerannt? Das ist ne Hanzo. Bist du jetzt echt noch an ihm gestorben? Ja, warum bist du denn weggerannt? Weil ich Angst vor dir habe. Der hatte 21 Leben. Wie viel hast du? Nein. Du weißt nur dein Orb draufmachen. Du musst ja jemanden holen. Ja. Snuffe. Du nennst mich Spitzkopf. Vor allem 1,43. Die machen uns gleich wieder in den letzten paar Sekunden, Alter. Locker. Ich weiß, dass wer Tyler ist, weiß. Was ist Tyler? Das sind Mr. Durden, Sir. Fittisch. Der Penner macht Filialen auf. Nein. Was war das? Hä? Hier war gerade irgendwas. Da kommt ein Reinhardt. Das seh' übrigens nur ich und nicht jeder einzelne von euch. Sehr gut, Valus. Valus macht ihn jetzt easy von hinten, Alter. Ah. Ah. Von hinten. Ah. Wollt'n Chor ihr Torbjörn im Angriff? Ich hab im Angriff, glaub ich. Sankt man. Dann könnte meines in Random-Mode. Was? Hefty Ull, Digga. On McCree. Ah, 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 ah. Rollender Wichsel. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Wie hinter... Oh, shit. Äh, ne. Bitte nicht. Wir sind überall. Von überall kommen sie immer. Ey. Und alle tot. Und sie haben's. Sie haben's einfach. Weil sie zwei Tanks hatten. Hilfe. Sie haben's echt gemacht. Ist das dolle krass. Scheiße. Sie haben's noch nicht. Ich bin drinne. Nice. Ja, wa... Boah, das gleicht sich grad extrem aus. Kommt rein da, rein da, rein da. Auch als Bolas als Sniper einfach rein. Scheiße, Hamza. Kacke, Mann. Naja, fünf Sekunden eher. Äh. Und dann von einer Mei, die genauso wie das Aim hat, wie ich, Mann. Was war das denn für eine Killcam? Aus Sicht der Mei, aber die Widow hat mich erschossen. Fick, Alter. Egal, machen wir jetzt. Easy. Doppelsaria, Alter. Freu dich des Todes, Alter. Freu dich. Ficken hart unser Leben grad. Feier ich nicht. Scheiße. Nein. Ja, ist echt scheiße, Mann. Kein Ding, ich spiele Saria. Ja, Mann. Jetzt haben wir drei hier schon. Can you feel the lesben power? Gender equality. Can you feel the lesb tonight? Wow, Alter. Ich bin wieder gegen die. Alter, ernsthaft? Fahr in deine Hose und treib dir deine Spalte. Und dann wiederholst du das. Can you feel the Spaltenreibung tonight? Can you feel the Spaltenreibung tonight? Can you feel the Spaltenreibung tonight? Find's nicht cool, wie sie hier durchrushen, Mann? Das sind die Tsarias. Die ficken unser Leben. Die war jetzt. Geht's aufs Maul. Amener. Wenn jetzt genauso wie wir. Können wir das bitte unterbinden? Irgendwie. Ja. Ey. Drei Milch kriegen wir nie, Mann. Niemals. Es sind immer noch die Tsarias in dem. Ja, genau. Ihr habt jetzt wahrscheinlich ült. Oh, ich hätte schon getrappt. Die nannten die Bestfans. Ja, wahrscheinlich haben sie jetzt ült. Ja, wahrscheinlich, Mann. Oh, die Tsarias ist doch ein Witz, ey. Wahrscheinlich, Mann. Ohne Witz. Dann muss ich ein schlechtes englisches Team beleidigen. Ja, genau. Alter. Wann genau war eigentlich der Punkt, an dem sie angefangen haben, uns gnadenlos zu zerficken? Ja, natürlich gibt's jetzt noch die Heilung, dass ich sie nicht mal weggesnackt. Ich hab einfach irgendwie reingesprayt gerade. So töte er doch die Tsaria. Hehehe, ich bin Lucio, ich bin schwarz, ich bin lustig. Nein, ich penne, ich penne, ich penne. Oh Gott. Penner. Wir sind im Krieg, Wallos. Steh auf. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin so schwach. So, ich bin jetzt Mercy, ladies and gentlemen. Okay. Spray nur noch doof rein, Alter. Weiß nicht, was hier passiert ist. Das ist nur für'n Hanso-Skin. Ach, junger Hanso. Hallo. Der ist schon sehr, sehr schwul. Ich hab Ulti ready. Einfach doof rein sprayen. Wenn die das letzte Mal um die Ecke kommen holen, hast die dann... Da, links, links, links. McCree. Oh, fuck. Oh. 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 Das war ich in einer Parallelwelt als McCree auf jeden Fall. Ja, das macht's gut. Weil, äh, Blizzard geht die Spielerbasis aus, deshalb gibt's jetzt Parallelwelten. Wir haben unsere Spielersuche auf Parallelwelten ausgeweitet. Wo es von dem Spieler ne NPC-Version gibt. Boah, ich hab Ulti. Ich darf jetzt nicht sterben, Alter. Warum haben die schon wieder Reinhardt? Oh, sie hatten Reinhardt. Hättest du mal gebuttelt. Ja. Weil das ultet auch hier hinten so ein bisschen... Wo sind denn alle? Da nicht. Alter. Die Zerfickung. Alter. Lick mit Dorner, Junge. Geht mal nicht zu weit vor. Lass mal die Fracht hier schieben. Ja, schiebt sich auch so. Ne, eben nicht. Echt? Geht von alleine, ja. Okay, das ist neu. Das ist schon immer so gewesen. Fickt euch, ihr Affen, Alter. Ich, ich steh trotzdem brauchen. Boah, shit. Ich kann hier vorne nicht so lange stehen. Nein, ich bin tot. Steh auf, du Wichser. Wir brauchen dich. Jawohl, was, 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 was ist das? Oh, mein Gott, was passiert? Oh, shit. Hansu, habe ich Angst. 60 Sekunden. Come on. Hansu ult. Ne, kein Schuss. Jetzt wieder mal. Oh, ne. Nein. Nein. Ich bin gefreezt, ich bin gefreezt. Oh. Alter, ist sie mad. Bad new life. Ich bin geholzt. Ja. Oh. Einmal kommen sie noch. Definitiv mit allem, was sie haben, Alter. Der Schütz steht. Ja, Mann. Oh, 20. Ich habe noch lange keine Ult. Liegt mir bitte um Mine. Klingst packet er. Der Schütz spielt er. Der Schütz spielt er. Der Schütz spielt er. Ich kann er sich gegenheilen. Oh, geil. Wow. Das war nicht schlecht, Mann, der Widow. Das war nicht schlecht. Ey, wir haben es, oder? Ja. Wir haben es. Geil, Mann. Das ist ein interessanter Modus, so auf jeden Fall. Heftiger Shit Was mach ich denn da? Was ist mit dir aber los? Ich bin ein doller Junge Ich find's nice wie Rip auf deiner Brust steht So wie dein Gang Tattoo Hättest du dir da mal zum Knast hast machen lassen Ja man Heftig man Viele mussten sinnlos sterben Viele Also wenn du diese Mords dreimal die Woche gewinnst Kriegst du eins? Kriegst du eine Box? Neunmal glaube ich Jeder dritte bin Okay also wir lassen das jetzt? Ja Ja Gut Korrekt Also ich hol jetzt noch mein Lett